wir sind hier an dieser ortschaft hier angekommen keine ahnung ob ihr es seht oder genau ich mach mal hier weil hier ist licht genau hier diese ortschaft bin ich angekommen mit marvcon tv mein guter ist auch immer dabei und bevor wir jetzt gleich losgehen habe ich probleme hier diese tasche hier mit wie heißt das ding mit diesen hier den hier zum weg zu entwickeln aber so richtig vernünftig weil der rutscht die ganze zeit nach oben und so weiter und deswegen werde ich jetzt hier diese kabelbinder hier dran montieren damit ich diesen gurt zwischen den kabelbinder drüber ziehen kann damit das festhält genau das mache ich jetzt und deswegen schneide ich das jetzt hier auf so und genau das hier mache ich jetzt auf der anderen seite auch ich hätte das jetzt gemacht jetzt hält das besser jetzt rutscht das die ganze nicht hier nach oben hoch wir sind gerade losgelaufen also richtig wir laufen jetzt aus schessel raus und wir gelaufen jetzt das stadt aber nicht den weg mit 20 kilometer sondern einen weiteren weg naja guck mal hier urinfarbige blumen gefunden birkenbaum ist geil das ist eine richtig geile pflanze baum die kann man richtig geil fressen wir gelaufen hier durch diese heidefläche das wäre eine richtige mistgabe wir haben hier eine einsame bank gefunden und diese hier die wird jetzt so richtig benutzt zum biertrinken die wird richtig missbraucht dafür und genau deswegen dafür ist diese bank hier vorhanden deswegen wurde die erbaut das finde ich finden wir richtig geil wir gelaufen jetzt hier durch diesen heideplatz durch guck mal wir sind gerade hier durch diese heide hier durchgelaufen und wir gelaufen jetzt nach der richtung da lang weiter so ich habe gerade mein bier power tank top hier dran gehangen und wisst ihr warum weil der d3 scheppert und das finde ich richtig geil ich liebe es wenn der d3 scheppert ich wäre eine sperr mir wir laufen gerade hier an diese landstraße vorbei das heißt wir fahren hin und wieder mal so nervigen fahrzeuge rum die uns vergasen ich habe ein blatt gefressen ein ahornblatt diese kamera ist runter gefallen das ist widerlich aber dieser ahornblatt da der schmeckt gut wir sind richtig geil die kann ich nur empfiehlt die sind richtig geil hallo youtube ich hab nichts zu sagen wir sitzen hier rum und marvin der ist vom gestrigen tag etwas erschöpft und deswegen werden wir gleich von urbix sippi abgeholt wir gefahren jetzt zum urbix sippi so wir sind eingekommen und das hier das ist unsere badewanne für heute abend und das wasser das sieht genau so aus ich bin sehr gespannt darauf was was heute noch passiert ich habe schon wieder gemacht extra um euch zu nerven weil das ist männlich grillen ist geil grillen richtig geil so jetzt arm fressen start kommt wir sind gerade die ganze am bovletring 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 das war cool das war cool ich muss nochmal nachschauen wie viel grad haben wir jetzt wie viel grad wie haben wir jetzt 939 39 grad steht hier drauf 39 grad ich weiß ja ob man das sieht aber genau 39 grad steht hier drauf so langsam kommt hell und ähm wir sind wir sind immer noch hier drin weil das hier schön warm drin ist und ähm wir trinken jetzt das letzte bier bis wir dann irgendwann 38,7 grad durch das tempo ist richtig geil so und jetzt gehen wir schlafen guten morgen wir sind auferstanden und ähm ähm hier im garten und ähm wir trinken jetzt koffein frisch hergestellter koffein das ist richtig geil haben wir dir schonmal einen kleinen besen besorgt ja damit musst du jetzt äh pegen den kronkorken auffegen weil du hast ja gesagt du wolltest das unbedingt machen jetzt äh richte ich das für dich ein dass du hier zu deinem 30. nochmal eine runde kronkorken pegen musst ja ja das sieht doch gut aus ja das Problem ist nur wir haben einfach keine Jungfrauen hier die pissen also musst du jetzt mit deinem Ende des Tages fegen ja du musst dich immer von links nach rechts fegen und dann wieder zurück und und wieder zurück und ja mhm wie heißt das happy birthday oder wie singt man dann weiß ich nicht happy 30 Tag ja das macht sich schon gar nicht so gut ja aber einen schönen Besen hat er auf jeden Fall der Besen ist super ja der Besen ist gut ich hätte noch eine Nummer größer für ihn ja aber es funktioniert auch so das funktioniert super ja und wie viel sieht das so an gut ja 30 werden ja gut oh scheiße na sowas na sowas na sowas guckst du wie gut das macht ja das ist ja super ja 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 sehr gut machst du das actually ich bin stolz auf dich fertig ja so ich bin ja ein Kondensmilchgesicht ich bin ja ein Radieschenkopf ich bin ganz gespannt drauf wann endlich mal Borreliose aus meinen Augen rausspritzt ich hab noch nie Akne gehabt weil ich noch nicht weiß wie man da dran kommt ich bin ja ein Gesichtsgesicht ich bin ja ein Erdbeerkopf mein Gehirn schwappt rum meins noch ein bisschen aber meiner schwappt richtig rum richtiges Problem mhm den Bart Leute ich möchte euch etwas ganz wichtiges mitteilen und zwar aus meinem Kinn wachsen immer noch Schamhaare raus genau das wollte ich euch mitgeteilt haben das hier das ist Lasagne hier und ähm bei mir ist immer noch Lasagne drin und das wird jetzt ähm verspeist ich würde hier eine scheiße abgeben jetzt hab ich die Ecke von hinten rum so soll ich sagen also echt? ja Leute ich möchte euch schon wieder etwas ganz wichtiges mitteilen und zwar durch meine Zahnlücke da passt eine Lasagne durch das könnt ihr euch alle mal ganz gut vorstellen weil das ist richtig geil das könnt ihr mal alle nachmachen so wir sind hier an diesen verranzten Bahnhof angekommen und ähm guck mal wir müssen hier gleich rüber aber wir müssen gleich diese nervige widerliche Treppe hier runter äh laufen weil da ist kein Fahrstuhl drin in diesen Glaskasten aber hier ist ein Fahrstuhl das heißt wir fahren erstmal hoch omg kitt ist ja widerlich Hör mal auf mit diesem ganz lauten Geräusch hier das ist das ist nervig das belästigt und jetzt warten wir bis unser Zug gleich kommt darin sollte jeden Moment kommen oh scheiße wir sind umsonst herunter gelaufen weil unser zug der kommt nicht und der nächste zug der kommt im nächsten gleis das heißt wir müssen das ganze wieder hoch schleppen und dann nach drüben wieder runter und dann haben wir 20 minuten wartezeit bis der kommt wir sind gerade von diesem bahnsteig wieder die treppe hochgelaufen und sind jetzt auf diesen bahnsteig und jetzt warten wir bis unser zug kommt ja